Jo Leute, QuatschTV mit Teil 3 des verlassenen Schwimmbades. Des verlassenen Schwimmbades. Wir sind hier durch ein Fenster rausgekittert. Und hier ist noch ein Außenbecken, oder wie nennt man das? Ein Becken draußen halt, ein Freibad. Mal schauen, wo es hier dann geht. Nein, wie geil. Ein Freibad. Alter, wie geil. Lass uns nach den Becken gehen. Ich kann mit Wasser jetzt drin, Leute. Ich mach mal ein Foto. Soll er in so nem Kameramann heute Fabian? Soll ich ja vor euch. Können wir das von der Insel? Soll ich hier aus, Alter. Da haben wir hier noch viel Neues. Das ist schon bei der Insel. Mhm. Guck mal, da ging rein, oder was? Ja. Dann waren wir schon in Teil 1, oder? Nee, da, da noch nicht. Geht's nicht mehr weiter, Freunde. Gehen wir jetzt mal hier rein, was hier noch fehlt. Alter, jetzt muss ich auch noch springen hier. Ich kann auch noch kurz rum.